Servus, grüßt euch beinahe und herzlich willkommen zurück zu Statisfactory. Heute ist wieder ein Mitarbeiter Weiße. Servus. Servus. Ciao. Gut. Grüß dich. Ähm, genau. Meilenstein. Jetzt ist er zurückkehmer. Juhu. Hast du schon was eingestopft? Nein, hast du noch nicht? Nein. Einmal. Zweimal. Hast du so viele Schrauben dabei zwölfigerweise? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Äh, nein, natürlich nicht. Das wäre eine Frage. Schrauben? Wer braucht schon Schrauben? Oh, 300. Sollten wir uns vielleicht einmal um die Schraubenproduktion kümmern? Ja, um alles. Wir müssen mit allem ein bisschen größer werden. Okay, dann losse ich das jetzt mal. Ähm, jetzt haben wir die Splitter. Was haben wir immer gesagt? Wir können mit einer Mine 30... Eigentlich immer zwei betreiben. Warte mal, eine Mine macht 30. 30, 30. Und die anderen waren zu 15. Weil es unrein ist, genau. Ah, stimmt. Die anderen hatten letztes Mal 60, weil es rein war. Ja. 30, 30. Das ist ja echt schwierig. 15, 15. Ja, das heißt, wir müssen die nächsten... ...Minen anzapfen eigentlich. Ja, wir hätten da eh noch vier. Richtig. Die da oben waren auch unrein, oder? Die da vorne, ja. Die waren beide unrein. Na ja, gut. Ah ja, ich habe auch wieder keinen... Hast du noch so einen Minion-Roboter? Oder muss ich auch noch... Ja, ich baust... Baust du welche? Vier Stücke gleich mit der Raison. Mhm. Und wir verbrauchen nur eins... ...drei... ...drei... ...vier, ja. An die Stapel war? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Hm. Weißt du zufälligerweise aber noch einen Platz in der Kiste haben? Ja, da ist bestimmt Platz, ja. Okay, weil dann baue ich jetzt einfach gleich mal... ...zwo, vier, sechs... Acht, zehn, zwölf, zwölf, vierzehn. Ja, so viel werden wir aber nie brauchen. Warum? Für jede Mine brauchen wir doch so einen blöden Roboter, oder? Ja, das schon. Ja, gut, früher oder später werden wir es brauchen, bestimmt. Hm. Ich würde auch da nur die... ...die Steinmine anzapfen, die wo da... ...150 oder 200 Meter von uns weg ist. Stein? Mhm. Kolkstein meinst du? Mhm. Damit wir mehr Beton haben. Wo ist denn? Also eben haben wir... ...wo soll die sein? Da 190, ach so, die haben wir. Zwei haben wir jetzt angezapft. Hm? Ja, gut, 300 Meter. Das ging nicht eigentlich. Das wäre da, wo das Förderband herkommt, in die Richtung vom Kupfer. Ja. Okay, ich will mal gleich mal schauen dann. Wo bist du? Ah, da. Ich formel mal wieder. Hm, ich habe aber einen Roboter für dich. Yeah, ich darf dich die Mine einsetzen? Mhm. Okay. Ja. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Ja, da sind wir später. Oder Herrschinger. Da macht dem Wal ein Geschenk. Hallo Wal. Bzzzzzz. Hallo Wal. Eine Walsau. Hallo Wal. Hallo Wal. Also, ich würde jetzt echt so mal stickern, dass ich da runter springe. Ganz ehrlich. Weil da läuft Wasser runter, weil da kann ja gar nicht so kaputt gehen dann. Nein, ich probiere es nicht. Ich glaube, wir brauchen nur ein Kraftwerk oder zwei oder fünf. Wie kommst du da drauf? Wie kommst du da drauf? Wie viel Verbrauch hat äußert... Was ist bist du denn du? Ja hallo? Hallo du... Hässliches Vogel. Ob du damit startest, steht ihm bloß. Okay. Er ist tot. Sorry Vogel. Na ja, gut so, meiner... Was? War reine Absicht. Ein Vogel getötet. Ach so sehen, drüber gefallen. Fünfmal. Ja, wenn der einen weg steht. Ja. Das tut er auch in unserer Fabrik. Ungeziehungsverkehr meine Braucher. Richtig. So. Strom. Hm. Zack. Zack. Ja, die Burschen können wir ja dann eigentlich auch wieder abreißen, wenn wir die anderen freigeschaltet haben, oder? Ja. Wenn wir uns freigeschaltet haben. Die großen Stromproduzenten. Ja, ja. So. Haben wir hier schon Strom? Oh. Was schaut es denn eigentlich? Oh. Das läuft. Ranged off. Nein. 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 ja man bestell mir ich glaube wie der erste mensch also wo ist jetzt die linie hallo hallo ja nein nein hallo also biomasse kümmert man dass da hervon gleich um den splitter damit man genug produzieren ja jetzt bereits kommen mit dem splitter aber das wird gut dadurch dass wir ja sowieso früher oder später alles sehr auf platten setzen ja da hervor wahrscheinlich auch wo es gerade ist oder das würde überall machen ja deswegen ist das jetzt am anfang noch nicht so ja was weißt ja doch wir haben glaube ich noch sehr am anfang es wird eine schrauben produktion dann genau das war mein ziel aber ich wollte das vorher machen dass wir schon habe ich mich nicht mehr darum gekümmert so eine produktion fester biotreibstoff läuft jetzt durch also mit beiden jetzt schon zusammen geführt da hast du zufälligerweise 300 schrauben in den tag zufälligerweise natürlich nicht okay ja versuch was wird schrauben frank frank franklos rex richtig alter verwalter hollifier aufgestellt ja klar nicht kotzen kann von elz im ernst 1 klein kram Ja, warum zweimal anfangen, wenn wir schon da sind. Richtig. So, warte mal, das macht jetzt hier... Können wir mit Schrauben produzieren? Und der Konstruktor für... Schrauben sind... Eine, eine. Aha. Dann brauchen wir eine, da wo die Schraube wohnt, Fabrik. Oh, das war wirbung. Da wo die Schraube. Oh, das ist gefährlich. Oh ja. Aufpassen. Wenn wir nur den Bull aufmachen und da aktuell mal eine schütten. Verdammt, da haben wir dann natürlich jetzt wieder hier. Okay, ich glaube ich habe 300 Schrauben. Bam. Mhm. So, Meilenstein. Check out. Lauft. Ja, ja. Neue Gebäude. Was war das jetzt? Persönliche Lagerkiste, das MAM-Gebäude haben wir gekriegt. Ah, okay, das heißt wir können forschen. Genau. Ja. Und? Ja, das war's. Verstärkte Eisenblatt, wo es nass ist. Jetzt geht das leidige Thema los, schon langsam. Die Kiste ist voll. Wir brauchen eine zweite Lagerkümmung. Ja, ich seit jetzt. Ja, okay. Jetzt sind wir zu klein. Ja, direkt vor die Nase. Ja, so wie man gestern. Also, wie man jetzt mit meinem Mann haben, da haben wir alle auf einem Fleck lassen. Ja. Oder halt zumindest sortieren. Oh, da ist noch Holz hier drin. Warum ist da ein Hauptteil hier drin? Weiß ich. Ich weiß nicht, ich glaub das ist ein Bug. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich hab's schon probiert. Ich fand mit dem zweiten kann man nicht bauen. Doch. Achso nein, kann noch einmal gebaut werden. Sorry. Aber ich hab noch Holz gefunden. Blätter. Wir haben jetzt tatsächlich 30 Output. Input 30, Output 30. So. Ah, okay. Warte mal. Das ist ja doof. Ähm. Wir machen das nächste Meilenstein. Erst die schnellen Förderbänder. Oder erst die intelligente Besche... Äh, oder... Erst den Basisbau mit die Rampen und die Fundamente fertig machen. Hm. Ich will Fundamente machen. Aber eigentlich ist's egal. Ich würd jetzt sehr gern, so bald wie möglich, diese Fundamente sitzen. Gut, dann fangen wir mit Fundamente, ja. Ich hab ja gerade ein bisschen einen Fehler gemacht. Es ist schlecht alles hier, was ich gemacht hab. Ja, aber schön ist, dass es wenn nicht, dass es merkst. So, was hab jetzt ich vorgekommt? Ja genau, dir wegen der Arbeitszuschau. Ah! Und dir ein bisschen Nerven dabei. Nicht sitzen! So, jetzt hab's. Juhu! Nein, ich brauch Schrauben. Und dafür brauch ich Eisenstangen, wo wir viel zu wenig haben davon. Ich kümmere mich jetzt einmal hier um die Splittung. Achso, nein. So, ich schau ihm das erst einmal an. 30 Teile. Ah scheiße, die produzieren gleich viel. Komm schon. So, und jetzt wollen wir zwei Konstruktoren nebeneinander rein. Ey, ich splitt jetzt einmal hier diesen... Ich bau jetzt einmal zwei Konstruktoren her. Um zwei Eisenstangen zu produzieren. Das mach ich auch gerade. Aber ich mach halt Schrauben. Ja, ich mach erst einmal nur Eisenstangen. Achso, du verbestest das da hinten? Ja, genau. Okay. Ja, es ist schon... Es ist schon... Es ist schon Schena mit... Hier mit... Mit die Bodenplotten. Er ist wirklich wenigstens ausgerichtet. Komm, wir gleich, oder? Nächster Meilenstein. Mhm. Wie zu teuer. Fehlen mir doch die Kabel. Ich krieg die Krise. Teilt einen Förderbund in drei Teile. Was brauchen wir? Come on. Dann der Radio an. Oh, muss ich aufpassen. Wegen der GEMA. Ja, die Ficker haben wir eh schon... Zwei Videos haben sie mir nicht durchgelassen. Wegen Musik? Ja, ja. Okay. Schweineherz. So, das heißt Eisenstangen. Stangen. Ich brauche mich da ja eh nicht spielen damit, weil wir das ja, wie gesagt, alles sind nur auf Dinger setzen, auf Bodenplatten. Alles so prima, meine Damen. Hallo. Na ja, klar. Das habe ich natürlich nicht. Verstärkte Platten. Wo waren die Eisenplatten? Wo waren die Eisenplatten? Da war die gerade. Glaubt, weiß ich, dass wir hier diese, die drei Eisen, also die zwei Eisenfabriken, bis sie switchen müssen, also von der Ausrichtung her. Wieso? Weil sonst können wir da hier mit dem Splitter und die mehrere Konstrukteuren nicht arbeiten, weil die so eng miteinander sind. Weißt du, was ich meine? Genau. Also wenn ich jetzt aber etwas vor die Eisenplattenfabrik auch noch mit zwei Konstruktoren herstelle, dann geht sich das vom Platz her nicht aus. Dass das schön symmetrisch ist, die Gaudi. Okay. Ja gut, da stehen die zu dich beinanden, dann musst du da noch in dir, musst du jetzt auch Richtung Westen rutschen mit deinem Ganzen. Ja, oder man macht es immer in einem Netzgradwinkel. Und dann weiter. Oder so. Schrauben, Schrauben. Haben wir eigentlich jetzt schon eine Schraubenfabrik? Ja, zwei sogar. Und die sind schon am Start? Die sind am Start. Super. Aber... Weil hier die ganze Zeit mit der Handcraften, das ist... Das ist zeitaufwendig. Gute Nacht, Frau. Hä? Ach so. Ah. Ah, okay. Na, passt schon. Hast du, weißt du, hast du die Strangenfabrik, hast du abgerissen dann? Okay, okay. Ah, hättest du die jetzt gebraucht, oder was? Ja, passt schon. Wie viel brauchst du denn? Na, ich mach auch nicht. Ich brauche nur da. Okay, gut. Boah, ich hab das... Wow. Ich hab ein Aungmaus. Unglaublich. Ja, okay. So, dann brauchen wir hier Strommen. Tüdel mal den Strommen hier rüber. Gut. Schrauben, Hand und Start. Warum ist immer hier ein Gäuse aus? Das ist doch... Zum Mäuse melden. So, funktioniert doch. Na, aber ich kann ja Ressourcen nicht, ob schon wieder. Wieso? Jetzt auch eine Scheiße, Frau. So, jetzt noch meine Mama. So, ich muss mich hier alle mobben. So, was ist jetzt los? Kein Strom, oder was? Ist da jetzt der Fehler? Hast du den... Ah, na, na, na. Hm. Alles klar. Wenn man einfach... Wenn man dumm ist, so wie ich gerade, dann... funktioniert das nicht. Hm. Warum muss ich die jetzt manually schalten? Ah, der läuft. Come on. So. So, Mogidis. Lager-Container. Ich glaube, da ist auch noch voll ausreichend. Also, nachher machen wir das jetzt schon mal. Hallo. Hallo und so. Hallo und guten Tag. Was machen Sie hier? Genau. Ich zerstöre ein bisschen einen fremden Planeten. Da habe ich Spaß dabei. So, hast du beim Output noch rechts? Das ist Absicht. Nein, das ist dein Stück. Also, bei mir zeigt der Output noch rechts. Nein, bei mir geht er noch vorne aus. Krass. Dann ist das echt... ...verkehrt. Ah ja, gut. Wie gesagt, Early Exzess. Da hat es wahrscheinlich mit der Synchron und nicht so hin. Ja. Aber für das... Ich finde, das läuft sehr stabil. Absolut. Jetzt machen wir ein paar Crashs gehabt, aber bis jetzt. Alles sauber. Ja. Wie ungültige Form, was ist denn los? Der ist zu eng, die Kurve ist zu eng. Du musst dein, ähm, ein bisschen weiter vorne sitzen. Vor dem Stromhaus. Ja, 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 aber du weißt, dass es eng ist an dem Barockgriff. Das stimmt. Aber... Warte mal. Wo ist jetzt die Linie, die geile? Da ist... Aber wie der andere, wie gesagt, vorher haben wir spielen müssen. Ja, in dem Bereich. Gut. Nein, wo die Linie? Nein, den haben wir doch falsch. Nein, wo die? Gib mir jetzt die Linie. Haben wir jetzt schon unsere Fundamente? Ja, ja, nein haben wir nicht. Und warum haben wir eigentlich schon wieder keinen Beton? Hast du denn Strom abgeklemmt? Kann das sein? Ja. Das ist ein Vogel. Stimmt doch gar nicht. Sag doch, alle Moppen mich. Wo ist denn da der Strom abgeklemmt? Da ist... Die Leitung ist... Da ist... Die Leitung ist... Da ist doch... Da ist doch... Da ist doch keine Leitung hinter gegangen, oder? Ähm... Doch. Okay. Jetzt... Die Verbrauch. Das ist das... Das hört man gern. So, Lagercontainer. Ah ja genau, wir haben schon wieder ein bisschen über der Zeit, meine Damen und Herren. In diesem Sinne würde ich sagen, war's das für heute. Ich hab mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn's euch gefallen hat, lasst euch gerne einen Daumen da. Jetzt hört's das weiter und bis zum nächsten Mal. Fiat euch. Ciao, ciao, ciao.